hey Leute willkommen zurück bei TTT zusammen mit den Dalu Hallo dem Vita Wolf Moin die Anne Hallo den Nefis Nefis hallo Ah kann auch abkürzen ich nenne dich so wie ich möchte okay mach das den Grants und Craps und Xenex und Xenex genau Xenex 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 Hab nix der wird geschossen was hast du gesagt Cannex Xenex Aargh Dose die heilige Dose die heilige Dose der ist noch ein Alte nimm den Drink wenn ich jetzt sterbe ist es Craps Hi Inno Inno Fangen wir schon bitte doch mit an Anne Inno Buchstabier Innocent Craps ist Detective R U Jaja Allein mit Craps aber er ist Detective das ist mein Vorteil Anne ist bei mir Vita ist auch noch hier Ich wollte euch Platz machen Craps hast du dich gemuted? gut Craps okay Craps lebt noch Hallo Anne Oh einer ist tot Nefi ist hier Wo 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 Hier Xenex kam von hier hinten Ne ich hab ich hab nichts geschossen weiter gegen Xenex Ja Ja Wiemal Aha Xenex Ey Ich glaube Xenex war es Nur noch 4 Schuss da Hallo Ich weiß nicht ob ich es schaff Ich hatte noch kurz Hamannreiz Das war schnell wieder Da waren wir Dreistig Vor allem hatte ich noch geschossen Ich hab Blutspritzen sehen Und ich dachte ich hätte Grants noch getroffen Ich wollte nur kurz sehen wie viele Leute Ich hätte noch sehen Ob ich einfach schießen kann Ja Wieviel habe ich denn an Scharen gemacht? Schreckt Ich hatte nur 63 noch Also das ist nur Aber ich dachte ich hätte den Kopf getroffen Ja Hat ja auch die Diegel Das wäre eine gute Chance gewesen Aber Craps hat einen überlebt wieder Da dachte ich schon shit jetzt bin ich tot Aber Anne ganz eiskalt ey Ja hallo Anne und ich höre nur Schrot finden Schüsse und Wenz kommt ihr entgegen Was? Aber ne schöne Runde Lass die Dose in Ruhe Wenz schmeißt schon wieder mit Bildschirm AUS Ich wollte dich töten Oh Gott wie da ist es noch mal Nein 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 Ey geh weg Ey die schlagen sich Er hat ihn geprügelt Er hat ihn geprügelt Er hat ihn geprügelt Er hat ihn geprügelt Was ist denn heiliger? Geh da weg 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 Dalu ist es glaube ich Nein Wieso Wer ist das hier mit der Shotgun? Nico Also Vita Der wurde angegriffen Da ist ein Granat unter uns Ich bin bei Zenex ich fühl mich sicher Na ja dann von Ey Achso Das war ne Disco Ja das hab ich probiert Nein Hier die Traitor Tür ist offen Wer hat die Traitor Tür aufgemacht? Nein die Tür ist offen Nein die Tür ist offen Die Tür ist offen im Flugzeug Das war Dalu So ein Quatsch Ich beschütze die beiden hier die hier stehen Ey das gibt's doch nicht wir schweben in der Luft Wie ist das weg? Ich lebe noch Ich lebe noch Ja ich lebe noch Ich lebe noch Der Detektor hat wieder alles geklärt Die ganze Zeit Nein das war ich nicht Wenn Anu fragt wie lange die Tür offen ist Glaub ich das hier irgendwo ist Jungs ich halt mich grad mit der Leer-Taste in der Luft Ich lebe noch Ich kann alles von außen Alle rein in den Lift Alle rein Alle rein Alle rein in den Lift Superplan Dalu Dalu kann man hier Dalu kann Dalu kann Mein Gott Lass mich in Ruhe Du kannst mich gar nicht mehr schießen Heilige Er hat das gewonnen Heilige war das Wenn das jetzt Halleluja mal schießt in den Kopf Oh hier Oh Dalu Dalu ist es Warum? Ja ich hab auch gesehen Es hat doch niemand geschossen Dalu Crabz passt auf auf dich wurde geschossen Ich habe noch volle Muni Zeig mal Dalu Wie geht der? Ja Ja ich will das aber nur zeigen Wenn die anderen da Der da zum Beispiel keinen Mist macht Passt auf Dalu auf Der war in der Nähe von Grants Als Grants rausgesucht So guck mal hier Ey ey ich hab Angst Alter Zeig deine Pump Zeig deine Pump Da ist was Ja auch die Pump zeig aber dafür wichtig die die da haben Guck nach Detective Guck nach Detective Er hat noch Hier Detective nimm die Waffe und guck wie viel Muni drin ist Dann lügt Crabz Dann lügt Crabz Du warst das Dalu Gibst du du warst das Crabz lügt Hier ist die Shotgun und die ist voll Dalu du warst das Dann hat Crabz gelogen Nimm mal hier da seine Zweitwaffe mit in die Hand Ja und jetzt Hab ich Aber was ist das ok Entschuldigung Die Diegel Kann ich gerade nicht wenn Vita Wolf so auf mich zielt Er ist Detective Dalu Vita Wolf ist kein Detective Dann soll Crabz ja sagen Dalu du warst das Ich habe eindeutig gesehen Ey guck doch hier Dann guck Was soll ich jetzt gesehen Du hast Waffe lang Dass die Muni noch voll ist Ich habe doch auch schon geguckt Er hat noch volle Muni gehabt Direkt danach habe ich das gesehen Crabz hat mir das Schießen unterstellt Crabz hat mir das Schießen Ja aber ich habe doch nicht geschossen Crabz wurde auch angeschossen Ja aber ich habe doch volle Muni Was soll ich denn gezaubert haben Ja aber du bist weggelaufen in diese Richtung Crabz hat Ich denke mal Dalu war es auch gewesen Also typisch Ich bin Muss mal gucken wer noch draußen ist Oh 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 Gott Ausgeworden Crabz Bitte Ja du hast ihm auch das Leben gerettet Xenix Ich hatte sein Kopf im Visier Drück ab und der Detektiv springt so in den Schuss rein Nicht Crabz Wieder Crabz Leben gerettet von jemandem Wieder ein Detektiv der sich dann zwischenschmeitzt Ne damals war er Detektiv und ich habe ihn gerettet Achso Oh Mann Aber ich wusste dass du die Tür aufgemacht hast Hätte ich das irgendwie verhindern können Was hättest du verhindern können Ja du hättest den Fahrschuh nicht rufen sollen Wehe wie du im Schaft stehst Das war gut Oh Mann das war keine Absicht Das war gemein Das Ding war Oh Gott ich bin Detektiv Willkür Schon wieder Inno Detektiv Willkür Crabz Ey Dalu hat eine Granate nach mir gespüßen Das Ding war eigentlich Eigentlich hätte ich Das war ein Anschlag Oh Mann Ich habe am Anfang auch übrigens die Tür geöffnet Wir waren Detektiv bleiben Bei Gramps Diese Dings Okay jetzt werfe ich hier eine Heilige Wusste gar nicht richtig was ich tue aber Ja ja Der Detektiv hat eine Heilige geworfen Bei dem Detektiv glaube ich das Halt Ist doch auch eine Heilige Halt Vita geh hier rein Öffne die Tür Für mich Kann ich leider nicht Okay Vita ist es Der Traitorgang ist offen Leute Vita kann es nicht sein Warum nicht Ich bin selber reingehen in den Traitorgang Bitte nicht einfach willkürlich durch die Decke schießen Ne Fias Schieß willkürlich Ne Fias Wie kommt denn der da durch Was? Wo durch? Du bist da hinten da gegangen Ja da kann jeder rein Kannste hingehen aufmachen Traitorgang hinten ist aber noch komplett zu Ich komme jetzt raus War nur offen ist keiner rein Wow Wer war das? Wer hat da geschossen? Vita Xanax geht er weg Xanax Hatt mal ein Auge auf Xanax Ich guck mal hier nach Leichen Hier unten flieht jemand Dalu Ich bin grad runter gegangen Bei oben Keine Leichicks Ich will mit der Traitor-Schildkröte jetzt hier so Hallo 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 der Detektiv ist hier allein Hallo Hallo Ich hab mir hier zu viel Halt stopp da Den Klo oder was ist das? Dalu rennt mit der Traitor-Schildkröte weg Ja Traitor-Schildkröte? Man kann die Schildkröte auch zum Ninja Turtle mutieren lassen Hier ist eine Schildkröte die redet mit euch Hallo Hallo Anne verfolgt einen schon wieder Was geht da? Das war witzig Weg Feierlöscher los Aua Warnung ist der Smith ins Leben abgezogen Das Fahrstuhl gerufen Nein Lass meine Schildkröte liegen Es will wieder zwischen Dalu und Anne Ich will ja nicht Nein Niemal Oh! Da wurde das geschützt aktiviert Wer war das? Ja ich nicht Oh! Also Anne guckt zumindest in die Richtung Wo die Knöppe sind Scheiße Komm hier nicht mehr raus Der Detektiv auch da eingesperrt Anne zieht auf mich Anne zieht auf mich Anne zieht auf mich Manu Wer von den Luxuskabinen kommt ist auffällig Leute Ich bin auch da Wer ist das? Anne schön Anne schön Ich bin das Ich wird auch angeschossen Ich ship jetzt hier rum Ich ship jetzt hier rum ICH SHIP jetzt hier rum Ne ich wurde ja auch von getroffen Hey wo wurde den eingesperrt Du kannst ja hier komplett durchlaufen Ne weil hier wurden Hier wurden die Turrets aktiviert gerade so Manu Anja Manu das ist von der Meini Ich glaub es ist Nephias Ich bin sicher Er ist Traitor Komm, hinter uns Kranz Über uns Da wird die Tür geöffnet Oben aber oder? Ja oben Da ist einer raus Es ist Nephias Kranz Es ist keiner mehr da Es ist keiner mehr da Es ist keiner mehr da außer Nephias und mir Was? Dalu ist es dann Dalu Nein es lebt noch jemand Ja hier Klob hat noch einer Ganz unten ist noch einer Und und aufgemacht Und und aufgemacht Lebst du noch? Ey ich war es nicht Das wär viel zu wenig Ich knall dich noch ab wenn ich die Chance hab Er schießt Dalu Wie viel leben noch Kranz 100 Rausgezogen Ich hab's geschafft Nephias Der sitzt da auch noch Dalu ist es auch Krabs verfolgt den Detective Ich bitt's aber nicht Er hätte ja schon lange schießen können Ah Ich glaube es ist Dalu oder Krabs Dalu und Krabs wahrscheinlich Hey Klobens Klobens komm zurück in den Gang Du musst dir das ansehen Glaub ihm nicht Ja er schießt mich sonst Alle paar Sekunden reicht ja schon Es ist ja noch nicht mal ein Traitor gestorben Da draußen hängt auch noch irgendjemand Wir wissen nicht ob ein Traitor tot ist oder Weil da sind doch zwei Leute rausgezogen worden Ja aber wie dumm ist das Komm her Granz Ich hab hier Krabs eingesperrt und wenn ich gleich erschossen werde haben wir einen Ja und warum sperrst du mich ein Weil du und Nephias die einzigen sind noch drüber sind Ich bin Inno Ja ich bin auch Inno Oh was ein Zufall Kann ja nicht sein Eben ja und ist jetzt der Inno der als erstes Inno gesandt hat Es ist also einer ist Nephias und wenn noch ein zweiter liegt Nee Dalu ist einer Nein Nephias ist einer der Traitor Oben komm hoch Alle sind oben Ja ich komm Ja komm hoch und kämpf mit mir Ja mach ich Okay ihr seht alle da Ihr müsst das alle euch angucken Granz komm zurück Ich flieh Ich bin hier mit dem Rücken zu dir Komm her Du musst das doch sehen man Ganz oben Ich bin unten Ich hab den Fahrstuhl genommen Krabs ich will das nur sagen Falls du dich über einen random kill aufriegst Wenn ich Nephias abschieße und der ist Inno Baller ich dich einfach ab Dalu ist hinter dir Dalu ist hinter dir Das sind beide Traitor Ey Das war jetzt aber nicht nett Ah Dalu ist nur ein Sack Wer war der andere? Ich war Einer der rausgezogen wurde Dalu war Inno? Ja natürlich war ich Inno Das meine ich Man kann dir nicht trauen Ja weil ich nix gemacht hab wieder Wie in der ersten Runde Ja das ist nicht der Bar Du bist unschuldig schuldig dann Du bist unschuldig dann Nee aber ich wollte es dir Musste ich das vorher sagen Kramps Nicht dass du denkst nachdem ich ihn erschossen hab Warum ich dich dann erschieße Und du dann sagst Ich war ja auch Inno Deswegen Ja aber ich musste ihn ja vorher warnen Dass wenn du Inno bist Ich ihn erschießen muss Dann hat er natürlich die Chance genutzt Und mich abgeballert Das war dann Und ich rufe immer weiter Bitte mal Anne Confirmen Die ist bestimmt Trailer Die ist bestimmt Trailer Die bist doch nicht Die bist doch bestimmt rausgezogen Nein Nein Das konnten wir ja nicht wissen Dann sag doch nicht Confirmen Sondern sag wo sie liegt Inno Ja aber ich war draußen Eigentlich wollte ich nicht zu viel reden Draußen weil ich das für sehr buggy halte Das auszunutzen Dass man da noch länger lebt Die Regel ist Solange du lebst darfst du reden Ja obwohl wenn man rausgesogen wird Bin ich meistens auch ruhig Ja Hast du toll gemacht Vita Mich einfach umzubringen Wenn du draußen warst Ich bin allein mit zwei Traitern Weil beide haben eine Shot gehabt Hey Anne Hallo Dado Soll ich auch noch dazu kommen Dann bist du allein mit drei Traitern Ja sehr gut Wenn ich störe ist es wieder Was mit der Runde Und wieder Und wieder Und wieder Und wieder Ihr glaubt doch keiner Na Hallo hat ja auch schon Minus zwei Minus zwei Minus zwei Score ey Das ist ja hier eine Mordandrohung Detective Ich wurde bedroht Ich darf noch Privatsphäre haben Wer wurde da geschossen? Ich hab auch Zenex hat geschossen Ja auf die Vasa hab ich geschossen Nein ich hab HP verloren Pfff Okay Dado ist es Ich hab 98 HP HP noch Ich hab auf die Vasa geschossen Oh oh Vita ist ja mit der Shotgun hinter dir Ich steh die ganze Zeit schon hinter dir Ich stell mich lieber hinter Vita so Das möchte ich nicht Hier da ist ein Schussloch auf dem Wasser Da hab ich eindeutig Huch Krebs so Das Vita Was Vita ist an den Dingen Wo 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 Was war das? Krebs? Was hast du da aufgemacht? Wo? Dado ist mit mir hier drin in der Kammer Ja Wollte nur sagen wenn ich tot bin was dann Ich hör Schüsse Ja Schrot finden wir Schüsse Anne Anne komm zurück schnell Ok geht wieder Muss nicht Ich hing fest Wenn nicht siehst du Hey Xenex Xenex schießt auf mich Ja Oh Crabs Crabs schießt auf mich Ich hab versuch Xenex ist mal runtergegangen So ich jeder schießen oder was? Nein da du bitte nicht Nein N- Du es bitte Nein Aber wieso denn? Nein 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 Hör auf Hör auf Hey, 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 hey. Ich knall ihn doch ab! Hey. Ich übernehme. Er hat ihn erschossen! Er war eh noch! Nein! Er war eh noch! Oh Gott! Er hat oben auf mich geschossen die ganze Zeit. Ich glaub es ist nicht Krabs. Es ist nicht Krabs. Dann ist es Grants. Grants ist es. Weil sonst keiner mehr überbleibt. Doch, Vita. Grants und Vita. Ja, eben. Ja, das ist super. Ich versteck mich hier wieder an. Und da, Lu. Er wird geschossen wieder. Er wird geschossen wieder. Er wird geschossen wieder. Er wird geschossen wieder. Das war Krabs diesmal. Nein, ich hab diesmal nicht geschossen. Detective trifft Entscheidungen. Thomas Dalu, er wollte auf mich ziehen. Ich hab ne, das hat ne Schott. Der hat geschossen. Ich hab ne Diegel. Nefias lebt doch auch noch. Ich hab ne Diegel. Das war ne Diegel. Die hast du jetzt abgefeuert. Alles ein schlechter Detective. Ja, um zu hören wie der Sound ist. Kramps, warst du gerade im Menü? Das sah so aus. Ne. Oh, Krabs ist so auffällig. Er kann mich unterschießen. Ich hab ihn ja auch random. Ja ok, es war nicht random. Er hat zweimal auf mich geschossen. Warum tut er das? War ich auch nicht. Und wenn er Traitor ist, allein mit dir, dann schießt er nicht. Ähm, hier. Der hat die Tür aufgemacht. Wir machen das. Hinter dir der hat die Tür aufgemacht. Wer? Vita hat auf den Detective geschossen. Wer? Da kann der nur Vita sein. Ich hab keinen Schuss ab. Hey Anne, was machst du denn? Hinter dir sind die tot, Anne. Nein, nein, Krabs lebt noch, oder? Ja, ja. Nein, da ist noch einer tot. Ja, wir haben ihn doch, genau. Dann hab ich hinter die Tür aufgemacht. Wita hat auf Anne geschossen. Und ich hab ihn angeschossen. Halt! Anne, ich pass das nicht. Du bist doch aus der Tür rausgekommen. Ich hab auf Vita geballert, Krabs. Dann ist es da, Lu. Ich hab doch auf Vita geschossen! Nee, kannst du nicht, kannst du nicht. Natürlich, er stand hier. Guck, hier ist sein Blut. Hier ist sein Blut, weil ich ihn an der Tür angeschossen hab. Ja, er war ja Traitor, ist ja okay. Wer schießt denn da noch? Wenn Nephias noch lebt, ist es Nephias. Ich hab gerade... Halt! Hier ist Anne, bitte nicht, bitte nicht! Ich hab nur noch zwei! Wenn Nephias lebt, ist es Nephias. Wie viele leben denn noch, Anne? Ich hab nur noch zwei, ich bin so gut wie tot. Wie viele leben noch, Nephias? Ja, aber warum machst du die ganze Zeit da die Tür auf? Anne, du hast doch ein Radar, oder nicht? Jetzt guck, wie viele noch leben!